Hallo und willkommen zum Tegel der Stürmer Raidguide für den Endboss Uhu Na. Der Vorbote der Lehre und zwar für den normalen und heroischen Modus oder als Vorschau für den LFR. Unten in der Beschreibung gibt es noch einen Link zum schriftlichen Guide und nun geht es direkt los, denn uns erwartet einiges. Nachdem wir bereits beim ersten Boss die rastlose Kabale mit den Relikten der Macht zu tun bekommen haben, müssen wir dieses Mal diese Relikte selbst einsetzen. Nämlich um diverse Kampfmechaniken zu umgehen, bevor wir mit den Fähigkeiten des Boss an sich anfangen. Deshalb ein kurzer Überblick darüber, was die verschiedenen Relikte alles machen können. Diese schweben erneut auf dem Kampffeld herum und können jeweils von einem Spieler eingesammelt werden. Für jede Rolle TankDD und Heiler ist ein Artefakt vorgesehen, durch das ein extra Aktionspartner eingeblendet wird, mit dem eine Spezialfähigkeit eingesetzt werden kann. Nach dem Einsatz dieser Fähigkeit fällt das Relikt wieder zu Boden und lädt eine Zeit lang auf, bevor es wieder aufgenommen werden kann. Der Spieler selbst erhält zudem einen Debuff, durch den er das Relikt erst einmal nicht mehr tragen kann. Bedeutet also, im Laufe des Kampfes müssen immer wieder andere Spieler die Relikte aufnehmen. Wer bei der rastlosen Kabale gut aufgepasst hat, dem werden die Spezialfähigkeiten sehr bekannt vorkommen, denn es sind eigentlich die gleichen. Der Dreizack der Tiefsee kann nur von Tanks eingesammelt werden. Um den Tank herum entsteht durch Obhut der Tiefe eine große Wasserblase mit einer eigenen Lebenspunkteanzeige. 75% des Schadens auf allen Spielern, die sich in der Blase befinden, wird von den Lebenspunkten der Blase abgezogen. Nach 20 Sekunden erhalten alle Spieler durch abyssischer Zusammenbruch Schaden in Höhe der verbleibenden Lebenspunkte der Wasserblase, wenn diese noch existiert. Diese Spezialfähigkeit sollte eingesetzt werden, wenn der Raid davon ausgehen kann, dass in den nächsten 20 Sekunden so viel Schaden reinkommt, dass die Blase dadurch platzt oder kurz davor ist. Eher interessant für den heroischen Modus oder aber auch generell für die letzte Phase des Kampfes. Wichtig ist, dass so gut wie alle Spieler unter dieser Blase sind, damit der Schaden umgeleitet werden kann. Das Relikt hat eine Wiederaufladezeit von 2 Minuten und der Spieler, der die Spezialfähigkeit eingesetzt hat, kann das Relikt 3 Minuten lang nicht mehr aufnehmen. Weiter geht es mit dem Leerenstein für die Heiler. Wenn die Spezialfähigkeit eingesetzt wird, dann wird durch Umklammerung der Leere 100% der Heilung, die auf Gegner gewirkt wird, absorbiert. Aber auch die Heilung auf Spielercharaktere. Der Effekt endet erst, wenn die Umbrallhülle, die den Heiler umgibt, zerstört wird. Diese absorbiert eine große Menge an Schaden. Und sie kann nur dadurch zerstört werden, dass der Heiler externen Schaden bekommt, nicht von den Spielern, sondern von Gegnerfähigkeiten. Es gibt einige sehr mächtige Heileffekte in diesem Kampf, die durch den Leerenstein negiert werden können. Allerdings sollte er nur eingesetzt werden, wenn dadurch kein Spielercharakter stirbt, da er nicht geheilt werden konnte. Achtet also darauf, dass der Raid hochgeheilt ist. Hier noch ein kleiner Tipp, wie man das Schild loswerden kann. Und zwar können sich die Heiler in den Ring der Leere stellen, dazu gleich mehr, um schnell ihr Schild zu entfernen. Jedoch sollte eine gute Reaktion vorhanden sein, um sich nicht selbst durch den Ring zu töten. Das Relikt hat eine Wiederaufladezeit von nur einer Minute, aber Spieler, die den Effekt eingesetzt haben, die können diesen zwei Minuten lang nicht mehr benutzen. Und zu guter Letzt die Fähigkeit vom Orkanrufer für die Schadensverursacher. Alle Gegner außer der Boss erleiden durch Sturm der Vernichtung 15 Sekunden lang jede Sekunde Schaden und der verursachte Schaden von ihnen wird 3 Sekunden lang um 50% reduziert. Wenn ein Gegner unter 25% Lebenspunkte fällt, wird dieser durch Vernichten sofort getötet und kein Todeseffekt wird ausgelöst. Genau das gleiche passiert aber auch mit den Spielern. Also sie bekommen ebenfalls jede Sekunde Schaden und sterben sofort, wenn sie unter 25% Lebenspunkte sinken. Der Orkanrufer sollte nur benutzt werden, um schnell die vielen Ads im Kampf zu töten, allerdings auch nur, wenn dadurch kein anderer Spieler stirbt. Die Heiler müssen stark darauf achten, dass die Lebenspunkte der Gruppe relativ hoch sind, also auf jeden Fall Cooldowns einsetzen. Das Relikt braucht 45 Sekunden, um wieder aufgenommen zu werden. Spieler, die den Orkanrufer bereits eingesetzt haben, können das für 4 Minuten lang nicht mehr tun. So viel also zu den Relikten, es ist sehr wichtig zu wissen, was welches Relikt macht und wann man dieses einsetzt, um den Kampf zu gewinnen. Dazu aber jetzt gleich mehr bei den Bossfähigkeiten. Also, der Kampf besteht aus 3 Phasen, die aufeinander aufbauen, bedeutet also, dass nach und nach immer mehr neue Fähigkeiten kommen, einige alte gehen dafür weg. Außerdem gibt es die Hauptmechanik Nesovs Geschenk. So setzt Uhunath beim Erreichen von 100 Energie immer eine Spezialfähigkeit ein, die von Phase zu Phase unterschiedlich ist. Die erste Phase dauert so lange an, bis der Boss 70% Lebenspunkte hat und sie ist auch die bewegungsintensivste Phase. Beim Erreichen von 100 Energie wird Nesovs Geschenk Obskurität eingesetzt. Dieser verursacht erst einmal moderaten Schattenschaden auf dem ganzen Raid. Außerdem entsteht ein Ring der Leere um das Kampffeld herum, der den entsprechenden Bereich in komplette Dunkelheit hüllt. Wer im Ring steht, erhält alle 0,5 Sekunden sehr hohen Schattenschaden, was schnell zum Tod führen kann. Diesen Ring meinte ich vorhin beim leeren Stein für die Heiler, wodurch sie ihr Schild entfernen können. Bei jedem erneuten Einsatz dieser Fähigkeit weitet sich der Ring aus, wodurch der Platz für die Spieler immer geringer wird. Nach dem vierten Einsatz wird der Bereich zwar nicht mehr größer, aber es ist auch kaum mehr Platz da, um anderen Fertigkeiten auszuweichen. Die Spieler müssen immer darauf achten, dass sie nicht genau am Rand stehen, wenn die 100 Energie erreicht werden, da sie sonst sofort Schaden von dem Ring erleiden. Aufgrund dieser Fähigkeit ist es in der ersten Phase wichtig, so viel Schaden wie nur möglich auf dem Boss zu machen, damit schnell der Ring entfernt wird. Weiter geht es mit dem Riss des Vergessens, der den ganzen Kampf übereingesetzt wird. Auf dem Kampffeld erscheinen nach und nach dunkle Flächen. Berührt ein Spieler diesen Riss, erleidet er Schaden und wird zurückgestoßen. Der Riss verschwindet dann zwar, aber der Boss wird auch um 1% seiner Lebenspunkte geheilt, was man nicht haben möchte. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, diese Risse müssen durch den leeren Stein von den Heilern entfernt werden. Denn sie erleiden dann keinen Schaden und der Boss wird auch nicht geheilt. Es kommt natürlich auf die Gruppe an, wie oft man diese Risse entfernen möchte, um zu vermeiden, dass aus Versehen ein Spieler da durchläuft. Bei vier Rissen sollte man aber mal überlegen, diesen leeren Stein einzusetzen. Als nächstes gibt es die Berührung des Untergangs, die den ganzen Kampf über auf die Tanks gewirkt wird. Das ist ein kegelförmiger Angriff vor dem Boss, in dem auch nur der aktuelle Tank stehen darf. Denn dieser bekommt hohen Schaden und einen 30-sekündigen Debuff, der alle 3 Sekunden Schaden verursacht. Außerdem zieht er unsterbliche Wächter an. Ein Tankwechsel muss bei jedem Einsatz der Fertigkeit durchgeführt werden. Das hat den folgenden Grund. Diese unsterblichen Wächter erscheinen im Laufe des Kampfes immer wieder. Das sind Gesichtslose, die sich auf dem Tank mit diesem D-Bar fokussieren. Der Clou ist, dass sie mindestens 10 Meter entfernt vom Boss getankt werden müssen, da sonst durch Geistesverbindung der erlittene Schaden von beiden um 99% verringert wird. Ein schneller Tankwechsel ist deshalb sehr wichtig. Durch Schleier des Flüsterns verursacht der Wächter mehr Schaden, je mehr Gesundheitspunkte er hat. Je nachdem, wie gut oder schlecht gerüstet der Tank ist, sollten die Schadensverursacher für einige Sekunden direkt auf das Add gehen, sobald es erscheint, um den Tankschaden zu verringern. Fernkampf Cleave ist hier natürlich sehr hilfreich. Getötet werden kann der Wächter nicht. Beim Erreichen von einem Lebenspunkt wird unnatürliche Regeneration eingesetzt, wodurch sich der Wächter nach und nach hochheilt. Dies kann nur verhindert werden, indem das Add durch den Sturm der Vernichtung des Orkan-Rufers getötet wird. In der ersten Phase sollte man dies aber gar nicht machen, sondern sich nur auf den Boss konzentrieren, damit der Ring der Leere nicht zu groß wird. Auch diese Mechanik ist den ganzen Kampf über aktiv. Nun kommen wir zu den unerträglichen Augen von Nesov, die es nur in der ersten Phase gibt. Auf dem Boden erscheint eine membranartige dunkle Textur, aus der die ganze Gruppe schnell rauslaufen muss, denn nach 4,5 Sekunden wird dort hoher Schaden verursacht und wer drinsteht, ist 8 Sekunden lang feindselig gegenüber seinen Mitspielern. Jedoch hat die Person noch immer Kontrolle über ihren Charakter. Um Schaden zu vermeiden, sollte man sich also von der Gruppe entfernen oder erst gar nicht in diesem Schaden drinstehen. Dann gibt es noch den durchdringenden Blick von Nesov. Zwei große lilane Strahlen gehen langsam durch den Raum. Einer in vertikaler und einer in horizontaler Richtung. Wer von ihnen getroffen wird, erleidet 4 Sekunden lang hohen Schaden. Die Dauer und der Schaden des Effekts sind aber stapelbar. Man sollte also innerhalb von 4 Sekunden nicht zweimal getroffen werden, um den Schaden zu verringern. Deswegen muss jeder Spieler direkt zu Beginn der Fähigkeit erst durch den einen Strahl laufen und nach mindestens 4 Sekunden dann durch den zweiten Strahl. Man sieht an seinem Charakter so einen lilanen Effekt, wenn der Debuff noch aktiv ist, wenn der also weg ist, dann durch den zweiten Strahl durchlaufen. Auch diese Mechanik ist nur in der ersten Phase aktiv. Im heroischen Modus gibt es jetzt noch das leeren Geschoss, was genauso funktioniert wie bei der rastlosen Kabale. Heißt also, eine lilane Fläche taucht auf dem Kampffeld auf, die nach wenigen Sekunden explodiert und massiven Schaden verursacht, dann weiterspringt und kleiner wird. Erst wenn die Fläche ganz klein ist, sollten Spieler diesen Effekt absorbieren, um die Fläche zu entfernen. Wichtig ist hier, dass ihr diese Flächen nicht mit dem Riss des Vergessens verwechselt. Die sehen zwar nicht ganz so ähnlich aus, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das war also die erste Phase, in der wahrscheinlich keins von den Relikten aktiviert wird, außer vielleicht mal der leeren Stein, um die Flächen zu entfernen. Bei 70% Lebenspunkten geht Uhuna zum Auge von Nesov und kann 20 Sekunden lang nicht mehr angegriffen werden. Der Ring der Leere wird zudem zurückgesetzt und hat die gleiche Größe wie nach dem ersten Einsatz der Fähigkeit. Die Gruppe hat jetzt Zeit, um die restlichen Risse des Vergessens und die unsterblichen Wächter zu entfernen. Dazu müssen der leeren Stein und der Orkanrufer eingesetzt werden, wie bereits bei den Fähigkeiten beschrieben. Natürlich nacheinander und nicht gleichzeitig. Die Gruppe kann sich gut in der Mitte des Raums versammeln, damit die Heilung leichter fällt. Nach etwa 20 Sekunden wird der Boss wieder aktiv und hat einige neue Fähigkeiten. Der Riss des Vergessens und die unsterblichen Wächter bleiben. Bei 100 Energie wird jetzt Nesovs Geschenk Hysterie eingesetzt. Dadurch wird erst einmal hoher Schattenschaden auf dem ganzen Raid verursacht. Außerdem heilt Nesov alle Ads auf dem Kampffeld um 50%, im heroischen Modus um 75% ihrer Lebenspunkte und erhöht die Tempowertung sowie die Bewegungsgeschwindigkeit ebenfalls um 50%. Je nachdem wie viele Ads gerade da sind und wie die Höhe ihrer Gesundheitspunkte ist, sollte der leeren Stein eingesetzt werden, um die Heilung zu negieren. Da die unsterblichen Wächter irgendwann den Tank zerstückeln, muss der Raid entscheiden, wann der Orkanrufer eingesetzt wird, um die Wächter zu töten. Sehr wahrscheinlich, wenn so in etwa drei Wächter aktiv sind. Hier muss man also immer ein Auge auf die Situation auf dem Kampffeld haben, wie viel Energie hat der Boss, wie viele Ads sind da und wie hält der Tank das Ganze aus. In der ersten Phase gab es bereits diese lilane Membran auf dem Boden, wo man rauslaufen musste. Jetzt gibt es den unbegreiflichen Schrecken. Ein großer Teil des Raums wird durch eine lilane Fläche überdeckt, die nach 8 Sekunden explodiert, sehr hohen Schaden verursacht und Spieler, die in ihr stehen, werden 6 Sekunden lang gefiert. Bei dem P4 handelt es sich um einen magischen Effekt, der dispellt werden kann. Natürlich sollte aber im besten Falle niemand in dieser Fläche drinstehen. Zu guter Letzt gibt es nun die urzeitlichen Geistbeuger. Der Boss lässt drei von diesen im Raum erscheinen. Diese müssen nicht getankt werden und sie wirken 8 Sekunden lang Essenz verzehren. Kommt der Zauber durch, wird Schaden am ganzen Raid verursacht und der Geistbeuger heilt sich hoch auf 100% Lebenspunkte. Die Ads sollten deshalb schnell getötet werden und die Zauber unterbrochen. Normale Unterbrechungseffekte, Betäubungen und Rückstoßeffekte sind alle einsetzbar. Teilt also Spieler entsprechend ein, um im besten Falle kein einziges Mal Essenz verzehren durchkommen zu lassen. Es gibt aber noch ein Problem, denn wenn ein Geistbeuger stirbt, werden mehrere schwärmende leeren Bruten erschaffen. Diese müssen getankt werden und sie verursachen ein wenig Nahkampfschaden. Sterben sie, wird allerdings Raid weiter Schaden durch leeren Eruptionen verursacht. Dieser Schadenseffekt oder das generelle Erscheinen der Ads kann durch den Einsatz vom Orkanrufer umgangen werden. Im besten Falle paart man dies auch mit der Vernichtung von unsterblichen Wächtern. Auch hier kommt es darauf an, wie viel die Tanks aushalten. Im besten Falle sollte man die Mechanik so spielen, dass die DDs immer auf die urzeitlichen Geistbeuger umschwenken und diese töten. Der Tank sammelt dann alle Ads ein und keiner macht mehr Schaden auf diese. Wenn dann langsam zu viel Schaden reinkommt, wird der Orkanrufer eingesetzt, damit alle Ads auf einmal zerstört werden. Das war jetzt schon einiges, nun geht's noch weiter mit der letzten Phase, da kommt aber gar nicht mehr so viel. Diese startet bei 40% Lebenspunkten, erneut geht der Boss zum Auge, kann nicht angegriffen werden und wir haben Zeit die Ads mit dem Orkanrufer zu töten und die Heiler können mit ihrem leeren Stein die restlichen Flächen absorbieren. In dieser Phase wird nun nicht mehr der AOE-Effekt vom unbegreiflichen Schrecken eingesetzt und es erscheinen auch keine Geistbeuger mehr. Nur die Risse werden auf dem Boden verteilt und die unsterblichen Wächter kommen weiterhin. Beim Erreichen von 100 Energie wird dafür jetzt Nesovs Geschenk Wahnsinn eingesetzt. Dieser verursacht sehr, sehr hohen Schattenschaden auf den ganzen Raid. Außerdem werden alle Spieler 5 Sekunden lang feindselig. Sie haben weiterhin die Kontrolle über ihren Charakter, erhalten aber keinen Schaden von den Mitspielern und auch keine Heilung. Eine sehr kritische Phase, die zum Tod führen kann. Im besten Falle setzen die Tanks kurz vorher den Dreizack ein und alle Spieler sammeln sich unter der Wasserblase, um den Großteil des Schadens umzulenken. Falls der Cooldown nicht verfügbar ist, muss die komplette Gruppe hochgeheilt sein und jeder Spieler aktiviert Selbstschutz-Cooldowns, bevor 100 Energie erreicht sind. Dann gibt es nun noch die unstillbaren Qualen. Spieler werden durch diesen Debuff markiert und haben dann einen bräunlichen Kreis um sich, wodurch sie alle 2 Sekunden Schaden erhalten und die eingehende Heilung wird um 100% verringert. Dafür tritt allerdings alle 2 Sekunden die unwürdigen Fressen in Kraft. Der markierte Spieler bekommt dadurch einen Anteil der Gesundheitspunkte von allen Spielern im Umkreis von 5 Metern, wodurch er sich heilen kann. Dies ist die einzige Möglichkeit, um am Leben zu bleiben. Spieler, die von den Qualen betroffen sind, müssen sich immer zu einem anderen Spieler stellen, der keinen Debuff hat, um nicht zu sterben. Falls mehr Heilung benötigt wird, muss ein zweiter Spieler dazukommen. Dies wird umso schwieriger, wenn andere Fähigkeiten eingesetzt werden, wie zum Beispiel der Riss des Vergessens. Sammelt sich die Gruppe beim Einsatz vom Dreizag oder dem Orkanrufer, sollten die Spieler, die den Debuff haben, eher am Rand der Gruppe positioniert sein, um nicht das Leben von allen anderen Spielern abzusaugen. Diese Debuffs bleiben permanent auf den Spielern drauf und dienen quasi als Mini-Enrage, deshalb sollte auch erst in dieser Phase Heldentum, Kampfrausch oder sonst was eingesetzt werden. Hier noch ein kleiner Tipp, falls ihr Koordinierungsschwierigkeiten bei dieser Fähigkeit habt, dann macht es so, dass die markierten Spieler aus dem Raid rausgehen, der ganze andere Raid sich sammelt und die Spieler immer nur in den Raid reingehen, wenn sie Lebenspunkte brauchen, danach aber wieder rausgehen. Für den normalen Modus soll es das gewesen sein, im heroischen Modus gibt es noch eine Attacke und die kennen wir schon, denn es handelt sich um den durchdringenden Blick von Nethoth, das sind die beiden Strahlen, die durch den Raum gehen, was in dieser heilintensiven Phase zu Problemen führen kann. Hier noch einmal der Hinweis, erst durch den ersten Strahl gehen, dann 4 Sekunden warten und danach durch den zweiten Strahl gehen. Man kann natürlich auch den Dreizack benutzen, in der Mitte des Raums die Bubble aufstellen, alle Spieler gehen da rein und laufen einmal durch den Schnittpunkt der beiden Strahlen, wodurch sie 8 Sekunden lang sehr viel Schaden erleiden, aber dieser wird dann ja durch die Bubble aufgezehrt. So, das war's, der Guide ist relativ lang, aber keine Sorge, das hört sich alles schlimmer an, als es ist, denn viele Fähigkeiten beziehen sich ja nur auf eine Phase, zwei sind die ganze Zeit aktiv und eben halt diese Mechanik rund um das Geschenk von Nethoth. Das Wichtigste ist, dass man diese Wächter von den Tanks in Griff bekommt und immer passend den Orkanrufer einsetzt, um sie zu töten, bevor der Tank das Zeitliche segnet. Falls noch Fragen offen sind, einfach unten in die Kommentare schreiben, dort ist auch ein Link zum schriftlichen Guide. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß im Tiegel der Stürme und bis zum nächsten Mal. Tschüss!